So, willkommen zurück. Wir haben mal kurz verschnauft. Jetzt geht's direkt weiter mit Action. Wo ist jetzt eigentlich hin? Raus da. Raus. Diesen Weg da. Da war noch so ein Weg hier, gell? Ja, dann ist das Loch hoch. Tess, hier lang durch das Rohr. Durch das lange Rohr. Links. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dicht dran, Andy. Wo hast denn das gewusst? Man. Jedes Spiel. Immer nach links. Immer nach links. So, was wir bei Haftleischung, wenn du in ein Rohr reingegangen bist, immer nach links. Und vorhin das Rohr, wo du fast gestorben bist, war auch nach links. So, wenn wir jetzt schwimmen. Du hast doch mal reingehnt. Du hast doch Seepferdchen, geh noch rein. Mach mal, geh mal. Oh, das ist gar nicht so tief. Du bist gar nicht so tief. Wie ehrlich, muss wahrscheinlich schwimmen, ne? Warte, warte. Oh, my God. Oh, poly. Ist gut. Hier Spinnst du. Ist stark, man. Weiter. Trink mal Schluh. Trink mal Schluh. Ja. Geh mal kurz an den Glühschrank. Mach das großer. Diese Wellen und alles, diese Spiegelung, ist doch krass. Gut, ist doch nicht. Nice aus, Mann. So, ja, wir gehen mal hier durch. Die Sequenz. Was ist denn jetzt? Dieser berühmte Autoplick von Stevie. Ich kenne diese Stelle. Okay, sie sind weg. Die Stelle kenne ich jetzt auch. Denn wir haben die Demo schon mal vor uns. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Das ist die Demo, ja. Was dann? Marleen, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heimmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Was hat sie gesagt? Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann. Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Was ist denn es stimmt? Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Ich verstehe. Hier, ist die Demo. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Da treffen wir dann wohl die Fireflies. Ich weiß es. Aber wenn man sieht... Die Autodocke hat die Demo, beziehungsweise die vollende Version, überarbeitet. Warum? Denn an dieser Stelle hat die Demo geleckt, hat die Playstation ein bisschen gebuckelt. Aber die Krieg ist anscheinend immer wieder in das Spiel glänzen zu lassen. Und dass die Playstation wirklich keine Einschränkungen auf den irgendwelchen Unklar oder sonst was macht. Ich will immer wieder sagen, Daumen hoch, Naumdruck ist das Weltklasse. Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch. Was ist hier passiert? In Bereiche um die Quarantäne zu tun. Ja, ich habe eben schon hier die Dings hier. Das ist krass, dass der so umgefallen ist und an den Einen halt so stützt. Und dass er immer noch so steht und nicht weiterfällt. Das muss alles total instabil sein und gefährlich auch. Ist das theoretisch möglich? Ja klar, es ist theoretisch möglich. Aber es ist halt über eine Dauer von 20 Jahren. Da wird der Weiß in Spanien umgefahren. Das ist ja also tief geworden, wie der Derschiebungshof auf Wieser. Durch die Erschütterung und so weiter. Ja, wie der Derschiebungshof auf Wieser ist nicht so groß. Was war das jetzt? Vielleicht hörst du das. Ja, lang aber als wärst du weit weg. Sind wir sicher? Vorerst. Dann los. Ja, das ist noch sie zu flachen. Ja, ich auch. Und runter. Ganz schön tief. End rein. Genau, das ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtwerkum sein? Ja. War ein. Ja, das ist nur noch Brachlein. Nein, natürlich nicht. Wenn ich gegangen wäre, hätte es mir so leid getan. Schau mal, bevor wir uns drüben an. Ich scheint da also direkt zu sein. Ja. Hier drüben. Sehr geil, nicht Euseplätze. Ja, Mann. Ich verdonner. Doch, verdonner. Verdonner. Hey, Tess! Wissen wir doch schon, dass die Taschen dann auf Erderei angeht. Wow! Jetzt wieder raus, oder was? Da hätte man auch reingehen können, quasi. Oh! Oh! Ja, ich würde ihn mal umgucken. Er wurde zerfetzt. Ja! Die Leiche ist noch frisch. Okay. Sieht übel aus. Ja. Ist das schlecht? Ja! Ja! Es ist direkt und ehrlich zu sagen, es ist schlecht. Kannst du schon mal was gefasst machen. Würden wahrscheinlich irgendwelche... ...unzhandel sein. Die mir diese Türaufmachgeräusche. Ja! Ganz schön, weil wir das in Ivo früher immer gewesen. Mit dem Klacken nur von dem Türöffner an sich halt. Und dann dieses Quietschen... Und dann dieses... ...die Sequenz allein immer. Diese eigene Sequenz... Ja, genau. Diesen quasi einen Raum zu... ...und den zweiten Raum zu laden. Bei den nächsten. Okay. Der wurde auch... Platz auch hinter sich. Feld-Einsatz-Protokoll. Lesen. Angekommen. Blablabla. Negativer Kontakt bei LZ. Bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. Negativer Kontakt. Scheiße! Negativer Kontakt! Geil! Soldat... ...at water... ...meldet... ...sicht-Kontakt, Geräusch-Kontakt... ...wurden können zu offizieren. Zweitstadium beim eingestützten Bürogebäude... ...unterwegs im Besuchung. Okay. Eingestütztes Bürogebäude. Und wie steht das da? Negative fucking contact! Das ist ein Büro. Das ist ein Büro. Das ist ein Bürokomplex. Klicker. Ein Klicke. So heißen die also. So sieht her wie eine Infektion aus. Das heißt, wir sind ein Kind? Ja. So gut wie? Ich muss das ganz schnell drücken. Ja. So gut wie? Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst... ...versteck dich. So ordnen sie dich. Ich sprich wieder zu. Der Klicker. Also Klicker reagieren auf Klicken. Oder auf... Oder Klicken anscheinend. Nein. Klicker... Klicken. Können nur hören. Die sehen nichts. Die Klicken anscheinend. Die Klicken, ja. So aus als würde gleich alles einstürzen. Nicht zu verwechseln mit den Klickern im... Ist ja nett, dass wir hier drin sind, wenn du gleich alles einstürzt. Nicht zu verwechseln mit den Klickern, die die Männer haben. Im unteren Bereich des Körpers. Wie geht das? Kann ich meine Überlebenswürdigkeit verbessern? Ich nehme was upgrade. Ah. Oh, okay. Ich habe fünf Stück und ich brauche mal hier... Winkum 20. Ah, okay. Das ist das besser. Was gibt es so? Was gibt es so? Messer. Kringelband. Halt X zum Erstellen. Ah, okay. Was gibt es denn nur noch? Lumpenalkohol-Sprengstoffzucker. Was ist das hier? Achso, das sind die ganzen Dinge. Das ist Zucker. So. Wo geht das jetzt hier? Zucker kann man immer brauchen. In so einer Situation. Hallo. Hopf runter. Nein, danke, habe ich schon. Gerade wenn du einen Kaffee... Irgendwie wenn du eine Kaffeemaschine findest und du den Kaffee machst, hast du aber keinen Zucker. Ja. Das ist dann natürlich... Wo? Was ist denn jetzt? Alles ist total okay. Das war doch gerade was oder nicht? Achso, dieser Stuhl. Das ist der Stuhl. Ja. Aber warum gerade jetzt... Kannst du dich bewegen? Kannst du dich draus setzen? Ja, Mann. Ist das entschieden? Das ist jetzt fest. Festgepackt. Ja, Mann. Das ist so verkantet. Endlich was. Unkleber. Kannst theoretisch noch eine Messerschelle machen. Ja, komm ich ja eben auch schon. Ich hatte ja noch zwei Dinge hier. Aber es ging nicht. Man kann wohl maximal drei haben oder sowas. Guck mal, Zeichnung. Ja. Wahrscheinlich von... Von dem Kind, von dem Angestellten. Ja. Ja, das ist ziemlich traurig. Ich gehe klar. Hier auf dem Ding, oder was? Wahrscheinlich irgendwelche Dingspläne oder sowas. Kann man nichts mehr lesen. Irgendein gekritzel. Irgendwelche Anweisungen auf Dingspläne. Das ist wirklich wichtig für uns. Was? Hilf mir hier mal. Das wird wahrscheinlich nicht so gut wie dir sein. Oh, ich hier sehe nicht so gut. Nee. Uuuuh. Schau. Oh, ja. Hier, hier, hier. Hier, hier. Hörstorf. Also spätestens jetzt... ...hast man das gehört. Danke. Okay. Aber er bedankt sich. Das ist süß von ihm. Was ist das? Suchen wir vor mir. Ach so. Wir kriegen ja vier Schuss, oder was? Vielleicht schon früher noch. Scheiße! Irgendwo mit Fußnagel oder so steckt da eine. Ach, du sagst das. Oh, denn? Ja. Oh, Alkohol. Hörst. Hörst du was zu werfen? Ja, nun. Schau mal was. Nee, ich hab nichts zu werfen. Backstein. Und du hast einen Backstein dabei? Ja, den kannst du auch. Also, du kannst eines von allen. Das ist Milke. Das ist ein Rezept. Und hast du gemäßt bekommen? Ach so. Lumpen und Alkohol. Das finde ich auch. Okay, dann machen wir das direkt. Weil dann kann ich den nicht auch gerade nehmen. Weil ich brauche nämlich. Ah, du brauchst die Lumpen und Alkohol. Das ist klar. Willst du dich vielleicht noch aufheben? Ja, guck doch mal. Ich bin doch schon... Ach so. Das geht sowieso nicht voll, ne? Ja, noch nicht. Ich würde es benutzen jetzt. Ja, okay. Ja, fast voll. Guck mal, ist okay. Ich hab mal Blätter ausgeschleppt auf jeden Fall. Das war halt so mein Hintergedanken. Weil ich... Ich denke gleich geht's nämlich ab. Wollt ihr ja nicht wasten halt, ne? Aber wir haben doch schon zusammengefasst. Wie du jetzt schon zum ersten Mal bekommst, da wird es ja schon schlecht. Rund gehen, ne? Auf jeden Fall irgendwas passieren. Aber es hört sich nicht gut an. So weit haben wir die Demo gar nicht gespielt, ne? Wir haben mich auch nur kurz an mich lassen, weil wir uns nicht zu viel spoilern wollten, ne? Mhm. So, die Demo mal entwischen zu nehmen. Wann wird das wie hier wegkommen? Wie du wählst? Check die Lage. Oh, da geht's nicht weiter. Ah, wir duschen auch ein bisschen, ne? Wahrscheinlich nicht. Oh, Mann. So. Da oben. Wann was? Was ist scheiße? Was ist scheiße? Oh. Oh, wer hier? Okay. Ja. Ja. Da hängt, dass du nicht da lieg. Warum... Wie dreht der Kontrolldeck grad? Überall wie der Drehling, das liegst. Voll da hoch ist. Mal sehen, ob's da weiter geht. Ah, ne. Belandet. So. Ich kann nur noch gucken, oder? Ja, gerne mal gucken. Da hinten, oder was? Ja. Ja. Kommt her. So, Kleine, du bist dran. Ah, ist was. Okay. Die ist aber leer. Das war's. Das war's. Das war wir von draußen. Das war für uns draußen. Das war für ein Knall. Ja, und ich jetzt hier. Hallo. Komm, Große. Hallo. Siehst du schon die Hand ausgestreckt? Ja, wo? Welche Knopf? Wo streckt sie hin? Welche Knopf? Ja, ne. Das kennen wir. Das kennen wir. Das kennen wir. Da müssen wir uns nicht mehr drüber auffinden. Ja. Was streckt sie? Der spricht an ihren Arten. Scheiße. Vorschläge. Wir müssen auch ruhig sein. Voll die komischen Pickel auf dem Kopf. Ja, die Spöre. So Sporen, die sehen doch auch so Sporen irgendwie, ne? So Sporenköpfe. Wie ein Pilzkopf, oder was? Ja, so. So tot, oder was? Ja. Ah, okay. Sie zeigt ja, wie er das macht. Wie die Flasche mit? Ja. Ja. Der kann sich denn auch so... Wahrscheinlich. Wie die Soldaten so von hinten so voll gemein. Ich denke nur... Ich muss das ausprobieren. Ich muss einfach nur irgendwie ablenken. Ja. Schmeiß die Flasche dann für den Raum. Ja. Ja, bitte ihn, ey. Oh ja. Ja. Das ist klar, weiter. Okay, dann gehen wir weiter, nimm aber den Backstein. Falls du nochmal irgendwie was schmeißen möchtest. Das ist ja eigentlich immer noch einen haben, ne? Okay. Läuft mal ganz hinter. Okay. Ja, okay. Alles klar. Oh, sie läuft schon, okay. Dann... Go, 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 go. Jo, jo, jo. Mit der Flasche in der Hand. Jo. Das ist ein geübter Alkoholiker. Ja, ich... Ich glaube, das ist... Ich glaube, das war... Eddie, alles klar? Ich sag die volle Hose. Ja, noch einer. Alles klar. Dann los. Aber die musstest du eigentlich gewöhnt sein. Die ist ja in der Welt aufgewachsen. Nee, sie ist ja nicht... Sie war ja noch nie draußen. Ach, stimmt, ja. Ich vergaß, okay. Ich vergaß. Okay, sorry. Vergaß. Ich vergesse. Ich geh jetzt nicht raus. Bitte, die Damen. Okay. Komm. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, das sieht es ja sowieso nicht aus. Ich glaube, wenn du in der Gegend bist. Die Treppe ist dicht. Gehen wir da hoch? Die ist dicht. Ghost... Ghost... Ghost building. Ghost building. Verrückt. Ja, aber ich weiß nicht, dass es safe ist, oder? Ja, aber es ist gar ein wenig. Auf geht's, Ali. Ja, ganz schnell. Aber schöne Aussicht hier, ja. Ja, da kommen wir jetzt. Jo. Komm schon endlich hier. Jetzt krass man hier runter. Hallo. Hallo. Alles okay. Es reicht. Es reicht zum Scherben. Oh je. Was ist jetzt wieder? Oh je. So, da geht's ja auch wieder oder was. Ja. Vielleicht einfach wieder sterben. Wie ihr da hoven müsst. Ah, zu mir. Aha. Geht schon? Hier war noch Moser. Ich hab gleich was gesagt. So. Oh, 6. Aber das ist ein Revolver. Ja, das ist geil. Mit 6 Schuss. So, mach jetzt mal Russisch Roulette. Mit nem Vollmagazin. Oh, hier. Jetzt wechseln. Halt's doch auch mal. Ich halte's doch. Ah, das ist cool. Er muss seine Tasche rausholen. Hey. Bleib bei den Mädchen. Was sind Runner? Renner, oder? Ja. Scheiße. Wenn die, dann... ...aufpassen. Also, ich muss wohl... ...da runter... Hier geht's ja nicht links her. Echt? Ich will jetzt schon mal was gucken. Da unten liegt einer. Da liegt einer. Ja, da liegt was. Mach ich hier runter, oder was? Ja. Diese Geräusche liegt einem hier gar nicht. Ja. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Da liegt nur was. Das ist ja ein bisschen auf das Nieden hier. Jawoll. Geil, Alter. Wo? Da hinten läuft's, Alter. Kommt der zu mir? Das sieht doch nicht aus wie von uns an. Nee. Das sieht doch aus wie... Das ist kein Pilzkopf. Das ist kein Kicker. Kein Pilzkopf. Kein Pilzkopf. Er auch nicht. Du kannst ja mal den Lauschmodus anmachen. Mach mal den Lauschmodus an. Gucken. Okay. Ah. Ich hab das Spiel wieder vergessen. Gehen wir nach... Also dann... Links sind zwei. Gehen wir mal links. Okay. Da kommt der wieder. Der kommt wieder. Der ist da. Der kommt jetzt bitte nicht hier rein. Okay. Das sind alles scheinbar Runner. Der sieht mich nicht. Okay. Und weiter da hinten? Nee, das ist jetzt wahrscheinlich. Ich kümmere mich jetzt erstmal hier um den hier. Das müsste ich eigentlich nicht. Aber lautlos. Alles in der Wände. Okay. Da scheint irgendwas anders, gell? Ja. Das hört sich nicht an. Das sieht doch nicht ganz so schräßig aus. Sieht nur menschlich aus. Also den... Ja, sie hat ja auch gesagt, diese Pilzkopf da ist eine jahrelange Infektion. Ja, ja. Die sind wahrscheinlich frisch infektiert. Ja, das sind zwei Tage, wie wie ich es gesagt habe, im Test. Okay, da kann ich wieder ablenken. Ja, ja. Scheint ein Tag her oder so. Das ist... Das sieht schon ein bisschen anders aus. Gerade hat er eine Gasmaske auf. Nee, das ist schon ein bisschen anders aus. Nee, das ist nur ein Clicker. Nur weil sie die anderen da oben stehen. Ja. Der kommt. Oh scheiße, ob ich eh mich jetzt nicht hier machen. Den kannst du ja überwältigen, denke ich. Nee. Das kommt er doch nicht. Warte mal, ich schlag mal einen von denen vielleicht hierher mit diesem... Da ist ja jetzt der Backstein hin. Hast du noch einen, oder? Da ist er. Ja. Ja. Machst du einfach mal... Schmeiß du einfach mal hinter dich. Schmeiß die einfach gegen die Wand hier. Gegen die Wand. Ich würde vielleicht versuchen, den Raum anzuschreiben. Ich geh hier hin an die Ecke. Und schmeiß die dahinter. Und schmeiß die jetzt hier vorne hin. Oder so, ja. Okay, hat ihn sehr beeindruckt. Das hat sich niemanden interessiert. Nee, hat ihn sehr beeindruckt. Also der ist anscheinend fest. Dann warte mal, der kommt, glaube ich jetzt. Die sehen mich alle nicht, oder? Die können mich alle nur hören. Doch, doch. Der kann ich hören. Der rechts kann ich hören. Ich glaube, das ist so ein Clicker. Oder hättest noch einer. Der kommt, dann mach jetzt. Dahinten war noch einer. Es sind vier. Nimm doch den gerade, oder? Ja, aber guck doch hierher. Hey, komm. Wir machen's jetzt einfach mal. Oh, jetzt aber... Nee, warte mal. Da hättest noch einer. Es sind vier noch hier. Dann grüße ich dir jetzt einfach mal hier um die Ecke, um zu sehen, was da passiert. Da ist einer. Oh Gott. Da hab ich gesehen. Dann direkt weiter. Und die Sinne können noch sehen. Das ist falsch, wenn du ihn sich näherst. Okay, was ist denn jetzt? Die Runner kannst du anscheinend verprügeln. Und infizierte Runner nicht, oder? Das ging jetzt schnell. Nee, warte. Runner sind die, die noch sehen. Also die normalen Menschen. Ja. Und Clicker sind anscheinend die Pilzköpfe. Ja. Die sind ziemlich aggressiv. Zumindest für den Rücken zu Beginn. Scherz. Ja, die machen mal so ein Bord-Hit. Ja, vielleicht erzählen. Ich weiß nicht. Das sah auf jeden Fall komisch aus. Das ist... Da muss man ja wirklich aufpassen. Ja. Das ist mal... Okay, ich löse mal nicht davor. Ich geh jetzt mal mal anders an. Die Schüsse. Oh. Nicht gerannt. Ja. Oder du benutzt deine Waffe, aber dann kommen sie alle. Da links kommt einer. Vielleicht kannst du... Mach den. Komm, der kommt doch jetzt. Ja, guck, der kommt so dumm nach links. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass du dann irgendwie wechseln kannst. Was? Versteht's schnell? Jetzt vielleicht schnell. Jetzt nicht mehr. Ja, so schnell in diesem Lauschmodus, ne? Ne, du hast ihn doch jetzt gesehen. Da kommt noch einer. Ne. Ja, vielleicht kannst du den erstmal ausschalten, wenn du hinten rumgehst. Warte mal, wenn der jetzt hierherkommt, sieht der mich doch wieder. Oh mein Gott. Nimm ihn. Machen kaputt. Oh mein Gott. Machen kaputt. Ach du Heide. Ja, die schleppen sich jetzt da. Und hauten sich mal ein bisschen aus. Der ist rhein. Ok, und der kommt jetzt. Nein. Der müsste aber jetzt kommen. Warte mal los, denn der andere, der ist in hinten reingegangen. Dann mach mal den Lauschmodus aus. Dann ist es schneller. Dann kann ich aber sehen, wo er lang geht. Jetzt siehst ihn ja. Hey, Loll. Er kommt, okay. Okay, da kommt noch wer. Okay, 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 okay. Oh, shit. Ich krieg sie weg. Ich kann nicht. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Jetzt hab ich die gesehen. Okay, Planänderung. Äh, ja. Vorsicht. Oh, die Musik. Jawoll, okay. Sehr gut. Jetzt hast du noch zwei. Die musst du doch kriegen. Das sind die letzte. Oh, mein Gott. Mal Postkampf mit dir, wenn der kommt. Ja, genau. Jetzt mal Postkampf. Wer? So. Was? Okay. Ihr könnt kommen. Das war zwar nicht so wie geplant, aber... Das war uns. Das war unfreiwillig. So, jetzt haben wir hier erstmal alles ein. Verschwinden wir von hier. Ja, da bin ich auch dafür. Ja, jetzt wo alles hier sauber ist. Sag ich mal. Proben wir uns mal kurz aus. Und tun unsere Vorrede mal aufstocken. Ah, nichts. Ich höre schon. Und wenn es hier nichts mehr gibt. Sag ich mal. Sehen wir uns im nächsten Part. Oh, hier liegt nichts mehr. Hier liegt nichts mehr. Da ist Monition. Da ist Monition. Eine Büchse. Ach so, ja, okay. So eine Bohnensuppe wahrscheinlich. Und... Jo, sieht alles clean aus soweit. Alles weggecleant, alles getötet. Gut. Dann bedanken wir uns für das Zuschauen. Dem Däumchen. Genau. Ein Däumchen für uns. Abonnieren nicht vergessen. Abonnieren, genau. Genau. Wenn euch das gekalert hat, natürlich nur. Auch wenn es euch nicht gefallen hat. Genau. Auch um den Ausstieg der Celebration. Guck mal, Greg. Da liegt auch schon was. Dann sammeln wir das nochmal ein. Danke, Stevie. Hätten wir sonst nicht gesehen. Ist voll, okay. Voll. Und dann... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss